Hallo zusammen, wieder herzlich willkommen bei Betzmann Galvanic. Ja, auch das ist machbar und möglich, einen Tank neu verchromen. Ja, wenn man mal so richtig alte, verrostete, mitgenommene, arme Tanks hat, kann man die bei uns auch neu verchromen lassen. Ich betone nochmal, es ist ein anderes Verfahren, es ist jetzt nicht Stift- und Tampon-Galvanic und auch nicht Bartgalvanisch. Bartgalvanisch ist meistens so, dass viele galvanigen Hohlkörper, wie jetzt Tanks und Auspuffanlagen nicht beschichten wollen. Das hat natürlich auch das Problem, dass man da innen nicht reinkommt, weil das Elektrolyt da rein fließt und weil natürlich das Ganze sich auslöst und entsprechend vielleicht dann auch die Tanks und die Elektrolyte verunreinigt. Von dem her ist in der Bartgalvanisch das immer ein bisschen schwierig. Mit der Stiftgalvanik an sich ist es machbar. Wie gesagt, bei beiden Galvanik-Techniken ist halt immer die Sache des Hochglanzpolierens. Sprich, das Teil muss man quasi vorher so polieren und schleifen, dass es quasi aussieht wie neu. Je glänzender die Fläche, desto besser. Sprich, es muss alle Rückstände, die ganze Oberfläche halt polieren, entsprechend Kratzer raus, Dellen raus muss man sowieso und entsprechend dann auch die tiefen Oxidationen und die ganzen Einkerbungen und so weiter muss man alles dann entfernen. Dann, wenn das Ding Hochglanzpoliert ist, ist es halt immer so, je glänzender, desto schöner. Ja, ich kann es natürlich auch nur so halbseitig polieren und schleifen, dann sieht es halt auch genauso aus. Aber es ist machbar und möglich. Dann wird verkupferd in der Regel, vernickelt, verchromt oder man kann auch je nachdem, wenn ich keinen Rostschutz brauche, vergolden und verchromen. Das ist auch machbar und möglich. Dieser Tank ist mit der anderen Technik beschichtet worden. Ist auch ein schönes Verchromen. Genauso robust wie die galvanische Verchromerei. Aber wie gesagt, da muss der Untergrund jetzt nicht so perfekt vorgearbeitet werden, weil wir doch halt in mehreren Schichten da durch spezielles Verfahren vieles abdecken und ausgleichen können und am Schluss sieht es dann so aus. Natürlich haben wir immer Wartezeit, weil wir doch einige oder sehr viele Teile in Arbeit haben und das Verfahren halt doch sehr aufwendig ist, dauert die Bearbeitung meistens vier bis sechs Monate. Ich weiß, das schreckt immer viele ab, aber wenn man sich am Markt ein bisschen umhört, wird man ganz schnell feststellen, dass es ganz wenig Firmen gibt, die bereit sind, ja überhaupt noch Verchromungen oder Einzelstücke anzunehmen und gerade natürlich, wie gesagt, im Bereich von Hohlkörper, wo es jetzt um Tanks geht, Auspuffanlagen oder spezielle Sachen, wo man einfach nicht polieren kann, die man auch nicht kontaktieren kann, weil einfach die Halterungen nicht sind oder die Teile sind auch zu groß für die eine oder andere Galvanik, ist unser Verfahren natürlich geeignet. Also wer sagt, ich habe auch so einen Tank irgendwo noch zu Hause liegen und viele Firmen wollen ihn nicht haben, mir einfach bitte per E-Mail an info.betzmann-galvanik.de einfach kurz Fotos und Maße schicken, ist ganz wichtig. Wie gesagt, telefonische Auskünfte sind fast nicht möglich, ja wenn man da einfach nicht sich einfach den Tank vorstellen kann, ja man muss schauen, wie ist die Form, wie ist der Zustand, wie sind die Maße des Tanks, was muss gemacht werden, vollverchromt, teilverchromt, ja muss da was abgeklebt werden und das alles kann man in einer E-Mail ganz kurz schicken, ja dass man einfach sagt, hier so groß ist das, so sieht er aus, dann kriegt man ein Angebot und dann kann man sagen, okay mit dem Preis kann ich leben, es bewegt sich so zwischen 300 und 400 Euro, wie gesagt, je nach Größe und auch mit der Bearbeitungszeit, aber ich sage, bevor man dann irgendwann mal die Flinte ins Korn ruft, muss man es einfach mal wagen und sagen, gut jetzt schicke ich das Ding weg, warte ein bisschen und dann kriege ich halt so ein Ergebnis wieder. Also, wie gesagt, hier nochmal die Kontaktdaten, findet man auch alles unter www.betzmann-galvanik.de